Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 24. Mai. Wiesbadener Stadtpolizei soll Bodycams bekommen. Die schwierige Wolfsdiskussion im Rheingau-Taunus und Wetterexperten erwarten wegen El Nino noch heißere Sommer. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Beschimpfungen, Drohungen, sogar körperliche Attacken, immer wieder kommt es bundesweit zu Übergriffen auf Einsatz und Rettungskräfte. Wiesbaden ist keine Ausnahme, insbesondere die Stadtpolizei ist von diesem Phänomen betroffen. Zwar liegen keine Vergleichszahlen aus den Vorjahren vor, da solche Vorfälle erst seit diesem Jahr statistisch erfasst werden, doch Stadtpolizeichef Peter Erkel sagt klar, der Trend ist steigend. Seit Jahresbeginn kam es zu insgesamt 15 Übergriffen, in vier weiteren Fällen kam es zu körperlichen Angriffen. Noch Bürgermeister und Ordnungsdezernent Oliver Franz, CDU, sieht weiteren Handlungsbedarf, seit mehreren Jahren spricht er sich für eine Ausstattung mit Bodycams aus, an den Uniformen angebrachte Videokameras. Ebenso wie für Pfefferspräpistolen zum Schutz der Gefahrenabwehrbehörden, wie sie in Mainz und Offenbach im Einsatz sind. In den ersten Wunsch scheint nun Schwung zu kommen, bei der nächsten Sitzung des Hessischen Städtetages im Juni soll eine Beschlussvorlage eingebracht werden, um so für die notwendige Gesetzesänderung zu trommeln. Die Ordnungsamtsleiter des Hessischen Städtetages sind jedenfalls für Bodycams, da es sich um ein präventives Mittel handele, das zudem der Beweissicherung diene. Schon heute gehört das Kasteller Rheinufer zu den meistbesuchten Orten in Wiesbaden. Um diesem hohen Publikumsverkehr gerecht zu werden, soll das komplette Gebiet in den kommenden Jahren Schritt für Schritt aufgewertet werden. Kastell ist Teil des umfassenden Uferentwicklungskonzept Rhein-Mainufer. Ganze 20 Einzelmaßnahmen sind alleine für den Stadtteil vom Krannsandgelände bis zur Marauhe vorgesehen. Besonders wichtig für die Weiterentwicklung des gesamten Kasteller Rheinufers ist aus Planersicht aber die verkehrliche Situation. Um die Aufenthaltsqualität maßgeblich zu erhöhen, soll das Ufer in den kommenden Jahren autofrei gestaltet werden. Dafür soll die Straße Rheinufer zwischen Rampenstraße und der Auffahrt zum Hochkreisel hinter dem Reduit für den motorisierten Individualverkehr gesperrt und in einen Fuß- und Radweg umgenutzt werden. Profitieren von den Zukunftplanungen sollen schließlich auch der Kasteller Bahnhof und sein gesamtes Umfeld. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Am 22. April wurden in Heidenroth-Dickschied mehrere Schafe gerissen. Das Wolfszentrum Hessen schreibt den Fall offiziell dem Wolf zu. Beim Kreis wird nun eine AG Wolf eingerichtet. In einer Expertengruppe soll dort Wissen zu den Wölfen ausgetauscht werden. Außerdem will man den Weidetierhaltern Hilfestellungen geben. Die AG unter der Führung des Landschaftspflegeverbands Rheingau-Taunus stehe dem Wolf neutral gegenüber, erklärte die stellvertretende Geschäftsführerin Sonja Kraft. Klar positioniert hat sich dagegen Vizelandrat Klaus-Peter Wilsch, der den Wolf bejagen lassen will. Der künftige Landrat Sandro Zehner fordert die Aufnahme ins Jagdrecht in begründeten Ausnahmefällen. Nach Ansicht von Ralf Bachmann, ehrenamtlicher Wolfsberater und Mitglied der AG Wolf, wäre es aber schwierig, einen einzelnen Problemwolf zum Abschuss freizugeben. Dies würde einen beträchtlichen bürokratischen Vorgang auslösen. Dazu kämen die praktischen Probleme, einen bestimmten Wolf zu finden und zu entnehmen. Die Halter der vom Wolfsriss in Dickschied betroffenen Schafsherde können derweil eine finanzielle Entschädigung beim Land beantragen. Ein Blick auf die Nachrichtenlage in Deutschland Der Mediziner und Autorsucher Riedh Bhakti, der als Ikone der Querdenken-Bewegung gilt, ist vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Anklage hatte dem heute 76-Jährigen zu Last gelegt, auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Bhakti hatte Israel unter anderem als Living Hell bezeichnet und im Kontext der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust gesprochen. Der Richter sagte in seiner Begründung, es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bhakti mit seinen Äußerungen nur die israelische Regierung und nicht das Volk meinte. Bhakti war in der Vergangenheit unter anderem als Professor in Mainz und Gießen tätig. Seine frühere Hochschule in Mainz distanzierte sich im Oktober 2020 allerdings deutlich von ihm. Wie wird der Sommer in diesen und den nächsten Jahren? Global gesehen muss sich die Welt wohl auf weitere Hitzerekorde einstellen, denn nach einer Prognose der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Jahr das Klimaphänomen El Nino entwickelt. Und das könnte zusätzlich zum wärmenden Effekt des Klimawandels zu steigenden Temperaturen führen. Die Meteorologen befürchten, dass die globalen Temperaturen in den nächsten fünf Jahren auf Rekordniveau steigen könnten. Mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Nino schon im Herbst erneut in der Pazifikregion auftreten, prognostiziert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Laut den Meteorologen besteht eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die jährliche globale Durchschnittstemperatur zwischen 2023 und 2027 für mindestens ein Jahr mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden